Es sind alle bereit, Aufstellung und Go. 3, 2, 1, Pull. 3, 2, 1, Pull. 3, 2, 1, Pull. 3, 2, 1, Spott. Pull. Gelb hoch. Lila runter. Abwind. Ich mach den nächsten Fehler, Kilo. Ziel. Prüba. Prüba. Abstand wieder einhalten. Hier runter. 2, 2, 1, Spott. Lila oben. Lila oben. Ne, ran. Wir sind bereit. Wer macht jetzt? Ne, der ready. Ich mach. Ingo, du musst nicht runter, ne? Ja, ist okay. Mein Gott, ist okay. Gelb muss runter. Abwind. Abwind. 2, 2, 1, Spott. Boah, gleich geht's los für dich. Alles klar. Ich bin mit Rivia. Kannst du mal umtanken. Rivia, gut heal. Und blau, alle runter hier. Wir sind alle da. Vida, Kilo, gleich. Grün runter. Die CD ist da unten. Vida, Kilo, jetzt. Und warten. Warten, go. Alles unten, hat sich Vida genommen? Ja. Alles gut. Damit komm ich dann zu Gelb hoch. 3, 2, 1, Spott. 3, 2, 1, Spott. 3, 2, 1, Spott. Das ist der Regisus in der Tour der Runde. Oh nice, ich hab jetzt keine Feder mehr. Okay, passt. Da kann ich nichts mehr machen, war das... Bad Ress, go. Weil ich aber keinen One-Hit. Gelb hoch. Das war hier runter. B-Ress auf Blurak, please. So, war kommt jetzt. Ich hab leider keine Feder gehabt. Nein, ist schon. 2, 2, 1, Spott. Hello, kommst du hoch oder kommst du nicht hoch? Ich bin oben. Ausdauer ist durch. Dann brauchst du nicht, Starsky. Alles klar. Mit dem nächsten Fehler-Killen zieh ich wieder. Und dich. Dann brauchst du den Boss mal wissen, ob sie da hinter dem Boss stehen können. Jetzt konzentriert euch weiter und macht ganz ruhig. Rechtsen. Lila hoch. Gratoren rechts. Bad Ress auf Merivia. Reden und Gelb. Wow. Mach Spott. Gelb. Gelb direkt runter. Geht selbst noch einen für den Tank auf. Das heißt jetzt der zweite. Ich kann ihn nicht finden. Bob. Ist egal. Danach noch die Nester. Ja. Ja. Nach dem Abwind die Nester noch. Machen wir bei Gelb erst oben beide oder nur eins? Beide. Zilli am Leben halten. Tomyia los. Ruhiger. Stell dich Silly auf! Oh, blau kommt jetzt! SCD Ach guck mal, der hat 20% Redress ist durch! Wir machen weiter die Nets! Spott bitte direkt wieder, sonst sterbe ich sofort wieder! CD! 1, 2, 1, Spott! He's listening auf blau! Redress auf Turtok! Ruhe! Der auf Turtok! Kommt! Das dürfte ja nicht gehen, ne? Wir haben keine Pilsen mehr! Nein, noch nicht den Barra aufstellen! Was macht ihr? Ich kann mich ewig annehmen, geht nicht! Gelb, alle hoch! Krieg Grün runter! Einer muss bei Turtok helfen! Wenn er da war! Ruhe bewahren und weitermachen! Gleich rüber, Gelb! Wenn wir da sind, kommt Blattlos! Feuer nicht! Der Boss hat nichts mehr! Ne, er hat doch nichts mehr! Es sind keine Vögel oben! Geht zu! Wir ziehen Blattlos! Ich spotte in 3, 2, 1, Spott! Ich mach jetzt auch gleich! Bleib hier oben, ne? Federkähle! Ich kann gelassene ausbauen! Papierumarmung ist drauf! Federkähle endet in 4 Sekunden! Ich mach Gott zu nur, bleib hier oben bitte! Ja! Ja! Ist durch! Bleib zum Verteilen! Jetzt fiss das die Swans um! Mach Schild, weil... Hinten nicht, Alter! Warum nicht gleich? Naja... Perfekt war es immer noch nicht, ne? Alter, oh! Ich mag dich nicht! Du hast mich gerade immer bestanden lassen! Junge, was soll ich machen, Alter? Ich wollte dich... Ich bin bei der Boss noch nicht tot! Haha, komm! Ich bitte dich! Ja, Mann! Wahnsinn! Zip, zip, Beute! Gott sei Dank! Und... Beute! Gold! Ich hab keine Streitfolgen bekommen, Alter! Unglaublich! Lattei! Ich brauche es aber nicht! Geil! Token! Token! Mit diesem Scheiß haben wir das ganze Theater jetzt gemacht! Ich weiß nicht alles, um was ist das denn nicht gemacht? Ahhhh! Naja, geht Zeit für den Kill! Legendary Gold! 崩.. Und was joggt? Absolut! Ach